Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA, heute mit den ProTalo. Hallo. Servus. Und wir zocken jetzt mal hier ein Kack-Stunt-Rennen, was ich wieder verkacken werde, wuhu. Welches nimmst denn du? Ich weiß es nicht. Ah ja, du hast ja gesagt, keine getunen und ich habe irgendwie zwölf getunete. Dann die FCR 1000. Hören wir die. Okay. Nein, ich bin kein Einhorn. Ich habe den Kack-Stirrkoppeln, äh, als Gorsch. Das war die ganze Zeit, gucken ob die Aufnahme überhaupt funktioniert. Oh, bei mir läuft's. Ab geht die Fast, wuhu. Scheiß Start. GG. Das Motorrad ist nicht schlecht. Ah, gute Wahl, ne? Ja. Muss man mal sehen. Bloß musste ich so viel rumscrollen, um das überhaupt zu finden. Ich habe einfach zu viele Motorräder. Alter, du hast ihn getunet, das kann das sein? Nee. Ich habe bloß den Start richtig bekommen. Ich hoffe, du verkackst. Okay, Endgeschwindigkeit von der Maschine ist nicht gerade das Geilste. Oh, nee. Speeden. Verpiss dich. Speeden. Nein, verpiss dich. Speeden. Nein, Speeden. Halt die Fresse, ich will das nicht. Nein. Da springt er über mich weg, ey. Aua. Ciao, ciao. Jetzt habe ich Rüa in der Hose, ey. Ja, Dito. Läuft hart bei uns. Ich lache, wenn gleich ein Zug kommt, ey. Das muss ich nicht mehr getan haben. Alles so scheiße, dass ich so wenig vom Bildschirm sehe. Ich muss mir wirklich mal umstellen, mich besser sehe, wenn ich aufnehme. Alter, wie da einfach der Wegpflicht. Erst merken, du hast bestimmt getuelt es und jetzt ist er einen Kilometer vor mir, ey. Nee. Finde ich nicht gut. Ich weiß, wie man gleitet. Was los? Ich weiß, wie gar nichts geht, ey. Na. Oh. Hier geht es doch richtig. Ich lache. Autsch. Dann kann man raten. Nee, danke. Äh. Und Rüai. Äh. Loi, Willy. Was ist ein Scheiß? Gute Scheiß. Ist eigentlich mit dem Schatten an. Ich weiß es nicht. Hardcore-Speed-en. Okay, so wie es aussieht, ist kein Windschatten an. Sonst hätte ich dich jetzt schon längst überholt. Wiii. Und Rüai. Ich finde es lustig. Ich hätte jetzt so gerne eine Annäherungsmine. Ja, geht leider nicht. Warum auch immer. Wir brauchen gleich mal ein Rennen mit Annäherungsmine. Man, was los ist. Will dich hochjagen. Du kannst dich mal am Arsch hochjagen. Autsch, das war weh. Eine Runde. Das ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen. Natürlich ist es eine Runde, denn... Damit diese Menschen, die sich mit GTA nicht auskennen und dann einen ummeckern wollen. Ey, das waren jetzt gerade mal 5 Minuten. Wollen wir ein 5-Minuten-Video machen oder wollen wir noch ein Rennen ranhängen? 3 Minuten bei mir, ja. Hau noch eins ran. Ach du Scheiße, der dreifet förlorn. Give it to me, give it to me, give it to me. Untertitelung des ZDF, 2020